Ursprünglich sollten hier mal Luftschiffe gebaut werden, dann zerplatzte der Traum und für die Halle entstand eine neue einmalige Idee. Unsere Erlebniswelt Tropica Island ist seit fast zehn Jahren in Betrieb und das rund um die Uhr. Ohne IT steht hier alles, von der Pflanzenbewässerung bis hin zum Hotelfernseher. Um auf der sicheren Seite zu sein, haben wir unseren Backbone zukunftssicher erneuert und das im laufenden Betrieb. Das schaffen Sie nur mit einem erfahrenen Partner.